Hallo, mein Name ist Jürgen Warkus und ich bin Produktspezialist für Identifikationssysteme bei Pepperl & Fuchs. Heute zeige ich Ihnen, welche Parameter Sie bei der Inbetriebnahme des UHF Schreiblesekopfes F190 einstellen können. Dazu sehen Sie hier den F190, der über eine Ident-Control-Auswerteinheit, über eine Säle-Schnittstelle mit dem Laptop verbunden ist. Um die benötigten Einstellungen vorzunehmen, verwenden wir unsere Software RFID Control. Der freigegebene Frequenzbereich sowie Bandbreite und Anzahl der Senderkanäle für UHF-Systeme sind von Land zu Land unterschiedlich. Daher werden Sie bei der ersten Inbetriebnahme des Lesekopfes aufgefordert, das Land auszuwählen, in dem Ihr Gerät betrieben werden soll. Ist die Länderauswahl vorgenommen, bleibt diese für die Zukunft gespeichert. Und dann können Sie auch schon mit der Einstellung der benötigten Parameter loslegen. Dafür klicken Sie zunächst auf den entsprechenden Button neben dem Lesekopf-Symbol. Danach öffnet sich das Fenster mit den zur Verfügung stehenden Parameter. Der wichtigste Parameter ist dabei die Sendeleistung. Mit dieser Einstellung legen Sie die maximale Schreib- und Lese-Reichweite fest, die für einen UHF-Tag in einer Einbausituation erreicht werden soll. Im Auslieferungszustand sind hier 50 mW eingestellt. Diese ändern wir auf 100 mW, also auf die Hälfte des Maximums für dieses Gerät. Im Prinzip gilt hier, je höher die Sendeleistung, desto höher ist auch die maximale Reichweite. Allerdings kann es bei zu hoch eingestellter Sendeleistung in bestimmten Umgebungen durch unerwünschte Reflexion der Funkwellen auch zu Störungen bei der Tech-Erfassung kommen. Weniger ist hier oft mehr. Der F-190 verfügt außerdem über die Eingabemöglichkeit von bis zu 10 verschiedenen Sendeleistungen. Der aktivierte Befehl wird dann nacheinander mit allen eingestellten Sendeleistungen durchgeführt. Anschließend stellen Sie die gewünschte Polarisation ein. Die meisten UHF-Tags haben eine bestimmte Polarisierungsebene. Diese muss mit der für den Schreib-Lesekopf eingestellten Ebene horizontal oder vertikal übereinstimmen. Wenn Sie hier die zirkulare Polarisation einstellen, werden die Tags in jedweder Ausrichtung zur Antenne erkannt. Da die handelsüblichen UHF-Tags intern vier verschiedene Speicherbänke haben, ist es nun erforderlich festzulegen, auf welchen Speicherbereich die Befehle Read Data und Write Data zugreifen sollen. Die User Memory Bank ist hier die einfachste Wahl, da sie keinen speziellen Formatierung unterworfen ist. Schließlich gibt es noch die Auswahlmöglichkeit zwischen dem Single- und dem Multiframe-Modus. Damit legen Sie fest, ob eine Einzel-Tag oder eine Multi-Tag-Erkennung erfolgen soll. Da wir in unserem Test mehrere Tags gleichzeitig erkennen wollen, stellen wir hier Multiframe ein. Mit der Bestätigung der gewählten Einstellungen über den OK-Button werden die Werte nun an den F190 übertragen und dort nicht flüchtig gespeichert. Nun starten wir einen Lesebefehl. Mit dem Button Daten lesen wird aus den User Memories der erfassten Tags die eingestellte Anzahl von Byte ab der definierten Anfangsadresse in diesem Speicherbereich ausgelesen. Da wir den Single-Modus aktiviert haben, wird jeder Tag nur einmal erfasst. Sie sehen, der F190 liest und die ausgelesenen Daten erscheinen im Datenfenster. Falls bei technisch anspruchsvollen Installationen notwendig, können Sie über die weiteren Parameter noch zusätzliche Optimierungen vornehmen. Wir empfehlen, die voreingestellten Werte zunächst beizubehalten. Weitere Hinweise und Tipps dazu finden Sie im Handbuch sowie auf unserer Website. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.